willkommen zurück zu einem neuen altv csharp tutorial heute beschäftigen wir uns mit dem thema eine eigene geld anzeige erstellen also ein money hat und dazu bin ich direkt mal im tutorial ordner von unserem altv server und wir werden hier einmal in den resources ordner gehen hier in den altv tutorial kleinzeit ordner und hier einmal den ordner gui oder erstmal nur die gui.html mit usu studio code öffnen denn auch hier werden wir am kleinseitigen code was ändern müssen und natürlich auch unseren code für unsere webview in html schreiben müssen wenn ihr für die zukunft keine weiteren altv tutorials mehr verpassen wollt dann lasst doch gerne jetzt schon mal ein abunden like da sowie bei den parallelen tutorials für 5m und rage werden wir hier das gleiche prozedere benutzen und werden oben rechts ein kleines money hat erstellen das könnte natürlich designen wie ihr wollt ich werde euch ein kleines beispiel design dafür geben ansonsten gibt es natürlich auch hier für 1000 verschiedene wege etwas umzusetzen ich werde es für diese tutorial reihe meiner meinung nach am passend zu machen und auch am einfachsten für den anfang zu verstehen wir fangen an indem wir in dem body bereich hier ein neues dürfen erstellen und das dürfen wir einfach mal die die gleich money hat klammer zu bis beenden und in dem dürfen machen wir dann span mit id gleich money class gleich money und hier setzen wir dann einfach den wert 0 1 0 dollar so am anfang angezeigt werden und hier hinter noch ein dollar zeichen damit das auch mit dem dollar angezeigt wird mehr müssen wir in der html datei ganz machen wenn ihr natürlich mehr anzeigen lassen wollte zum beispiel noch bank und so müssen natürlich noch weitere felder hinzufügen das ganze werden wir später mit jquery befüllen dazu haben wir schon mal in einem anderen tutorial hier jquery eingebunden wenn ihr das noch nicht habt einfach bitte jquery einmal einbinden bei euch könnt ihr dann auch bei mir in den anderen tutorials einmal einsehen wie das funktioniert wir können diese datei mit steuerung es speichern und öffnen dann einmal die gui punkt css hier kommt dann der style rein das heißt wir gehen hier einfach mal nach ganz oben und sagen dann hier einfach hashtag mani hat klammer auf klammer zu jetzt können wir stylen ich jetzt genau machen wie bei dem wgmp tutorial text minus allein weit also soll rechts bündig sein dann sagen wir noch margin minus left wir wollen noch bisschen von der linken seite weg und sagen 1,5 vw dann sagen wir margin minus top 0,5 vw und font minus size auf 0,5 wenn ihr auf 1,5 vw ihr könnt euch auch vorher erstmal im browser testen wie das aussieht und dann euch das ingame anschauen zeige ich euch natürlich auch gleich mal wie das funktioniert dann setzen wir eine color hier könnt ihr sagen zum beispiel red blue oder blue violet aber ihr könnt auch ein html oder hex code eher gesagt nehmen dann nimmst du jetzt hier mal hashtag 247 und dann cc 9 da so ein türkis artige blaue farbe und dann setzen wir noch ein text shadow text shadow mit zwei pixel zwei pixel vier pixel und der farbe schwarz also sechs mal die null und speichern das ganze damit werden dann nämlich auch unsere style datei fertig hier könnt ihr den stein auch im belieben anpassen unsere money hat wie sie jetzt hier ist ist oben rechts bisschen von oben bisschen von rechts verschoben mit einem blau mit dieser farbe hier mit so einem türkis und einem kleinen text shadow gut als nächstes öffnen wir einmal die gui.js datei hier haben wir schon andere sachen gemacht zum beispiel die send notification funktion unsere hat elemente und ich würde sagen wir können auch ganz da oben einmal unsere unser money hat einbinden wir sagen einfach mal money hat und sagen wir stellen neue function mit z money hat als parameter übergeben wir money und hier kommt nichts anderes rein wie hier nutzen wir dann ganz einfach jquery und dazu verwenden wir wieder die dollarnotation nutzen hier dollar da sagen wir wir wollen auf hashtag money zugreifen mit punkt text und setzen dann den text auf money von hier oben und damit wäre schon fertig wir brauchen natürlich noch für diese funktion eine old on funktion damit auch old wie darauf reagieren kann das heißt über der funktion schreiben wir dann old.on dann unsere funktions name hier zum beispiel update money hat update money hat der parameter in klammern money und dann wie hier unten können wir einfach sagen größer gleich dann rufen wir die funktion auf also z money hat mit money zu klammern zu klammern zu semi kolon und fertig damit können wir jetzt nämlich wie unsere hier send notification diese send notification können dann aufrufen mit den parametern so können wir auch hier oben update money hat aufrufen mit dem parameter money und da wird in der html datei in unserer webview wird dann über jquery der text bei hashtag money angepasst und wird auf unseren parameter gesetzt sowie versprochen schauen wir uns das ganze einmal noch in einem browser an dazu öffnen wir einfach einmal im browser machen den doppelklick einfach drauf dann lädt die datei das kann einen kleinen moment dauern und wir sehen schon hier oben steht dann zum beispiel hier null dollar und ja so sieht das dann auch später in game aus gut wir werden jetzt mal wieso studio code öffnen und dann mal den kleinen den serverseitigen code vorbereiten so ich habe einmal wieso studio 2022 geöffnet und damit auch den serverseitigen code wenn ich wieso studio 2022 noch nicht habt könnt ihr mal ein paar tutorials zurückgehen dort habe ich erklärt wie man das projekt von 2019 auf 2022 anpassen kann so wir gehen einmal in die utils punkt cs und gehen mal nach unten hier haben wir unsere funktion send notification hier schreiben wir einfach mal unten eine weitere funktion rein und zwar public static void update money hat und hier als parameter gehen wir wieder mit den t player punkt t player t player und einfach ein int money und hier rufen wir einfach wieder auf t player.emit diesmal unsere funktion update money hat mit dem parameter money können wir dann einmal eben wieso studio code auch einmal ansehen hier ist die funktion update money hat genau wie wir sie hier auch haben und wir übergeben money da wird wie gesagt hier über jquery money angepasst gut jetzt können wir diese funktion nicht bei uns überall aufrufen und das machen wir unter anderem einmal beim login das heißt wir gehen einmal zum login zum on player login und dort können wir sagen wir mal hier über unserer funktion wo wir unsere progress pass updaten einfach einmal hier aufrufen wir sagen utils punkt update money hat und dann sagen wir hier einfach t player und übergeben das geld vom spiel also t player punkt geld dann wird nämlich beim login von long achso übergeben wir haben wir sagen utils von long wir müssen gleich die funktion anpassen weil geld haben wir aktuell auf long wir passen auch den funktionsnamen an wir schreiben den groß gleich dazu springen wir einmal zurück nach utils schreiben das hier mal kurz groß update und sagen anstatt int long springen zurück zu unserem update money hat so dann wird nämlich beim login wenn wir geld haben oder auch nicht geld haben solch auf null gesetzt unser money hat geupdatet und ich würde sagen wir schreiben noch einen kleinen comment um das ganze zu testen dazu gehen wir einmal in die comments.cs ich würde sagen wir gehen hier einfach mal nach unten schauen wir mal einen schönen befehle aus hier machen wir einfach mal über pistole da sagen wir einfach mal comment klammer auf ups klammer auf wir sagen einfach mal set oder money test hier public heute kann ich beschreiben heute cmd money test t player punkt t player t player und dann sagen wir einfach dass wir auf unsere update funktion für unsere money hat also über utils.update money hat für den t player das mal auf 500 setzen wollen dann werden wir das ganz mal auf 500 setzen und schauen ob es money hat auch aktualisiert den wie viel solltet ihr später wieder rausnehmen denn der dient davon nur zu debug zwecken gut damit hätten wir das ganze hier auch wir können einmal unsere projektmappe bauen hier oben rechts erstellen um zu schauen ob irgendein fehler auftritt erstellen wurde gestartet so hier haben wir zwei sachen blablabla also ich muss einmal kurz den server natürlich beenden ich hätte dann noch was anderes getestet dann gehen wir nochmal auf erstellen erstellen erfolgreich ja und damit können wir auch den server noch mal neu starten ich gehe hier in den ordner einmal rein bei mir unter altv server dann altv server.exe starten und wir joinen dann direkt mal drauf bis gleich so jetzt hätte ich fast vergessen wir müssen natürlich auch noch den kleinseitigen code schreiben ohne das funktioniert es natürlich nicht wir gehen einmal hier in altv server resources da ist nichts großes aber brauchen wir natürlich trotzdem klein und dann öffnen wir die index.js einmal mit visual studio code einfach rein ziehen dann gehen wir nach unten haben wir hier die send notifications und bauen wir hier was neues rein dann sagen wir hier auch update money hat und können wir hier ein komma sagen parameter ist money dann größer gleich größer und schreiben hier einfach hin gui hat punkt er mit und rufen dann unsere funktion aus dem javascript code auf update money hat mit dem money comma fertig damit rufen wir jetzt wie gesagt diese js funktion hier auf der update money hat und die wiederum ruft dann z money hat auf und ja gucken ob es richtig geschrieben wurde ja und vom server seitigen code rufen wir dann natürlich auch diese funktion hier auf so jetzt können wir einmal die ganzen dateien hier speichern und den server nochmal neu starten und dann sehen wir uns nochmal ingame wieder so auf dem schon angekommen ihr seht schon 5000 das was bei mir auch in der datenbank steht wird oben bei uns im money hat jetzt hier angezeigt und damit sehen wir auch dass money hat korrekt angezeigt wird wenn wir jetzt einmal den befehl eingeben money test war das glaube ich genau wird das auf 500 wieder reduziert unsere anzeige oben und damit sehen wir auch wie wir das zum beispiel updaten können dass money hat wir werden damit auch am ende vom tutorial angekommen ich hoffe euch hat soweit gefallen wenn ja lasst doch gerne ein abo da ansonsten alle download links auch zu dem repo für das was wir heute geändert haben sind unten in der video beschreibung wenn ihr irgendwelche fragen oder probleme schaut doch gerne bei mir vor oder discord vorbei und ansonsten bis zum nächsten mal